Willkommen zum vorletzten Part von Sekiro Shadows Die Twice, das ist für mich heute erstmal die letzte Aufnahme dieses Tages, wir haben schon 10 vor 2, nachts, also wollte ich eigentlich schon pennen gehen eigentlich jetzt hier nach, aber ich habe mir gedacht ich mache noch mal kurz noch was hier ich habe gerade Fragen, was sind die ich jetzt nicht, aber egal Oh nein Mein Herr Wie geht es euch? Was stimmt nicht Nun Es ist schlimm Ich habe wieder Ärger Diese Bastarde von der Regierung Ich machte ihnen ein Angebot die Augen zuzudrücken Doch sie waren nicht so gefügig wie ich gehofft habe Sie nahmen mir mein Geld Alle meine Waren Aber Kotaro hat sie endlich alle vertrieben Nicht wahr Kumpel Der große Kerl ist eingeschlafen Ja Er schläft tief und fest Bitte Macht nicht dieses Gesicht Ihr müsst nicht traurig sein Mein Herr Oh Das stimmt Mein Herr Ich habe etwas Gutes in der Hinterhand behalten Speziell für euch Mein letztes Stück Interessiert Schulschein Letzte Ware vom Matabea Aber Sink die Kosten für ihr Backdeer Wenn du sie bei Händlern kaufst Angesparte sind Dann verdient das denn Und solange wir atmen gehen die Geschäfte weiter Danke Meine letzte Ware Ich habe es in meiner Unterwäsche versteckt Es riecht daher vielleicht Etwas streng Bitte entschuldigt Das macht mir nichts aus Und damit Bin ich dann komplett ausverkauft Ich mache den Laden dicht Aber ihr wisst schon Es ist nicht wirklich alles weg Ich habe hier noch Diesen Cent Ich nehme diesen einen Cent Und verwandle ihn In einen Berg aus Gold Und wenn das passiert Hier Mein Herr Kommt doch zurück Und kauft etwas Ja Das ist schon traurig Mit den beiden Jetzt Würden die nicht enden sollen Kann man wieder sehen Was das hier wieder für Dreckssäcke sind So Aber wir Wollen jetzt gar nicht Weini weini machen Wir wollen jetzt hier weitermachen Und Hab ich nur jetzt gerade Wo ich hier weiterkomme Das ist auch die nächste Frage Ja moin Guck mal nicht hoch Das finde ich jetzt witzig gerade Alter Das darf doch jetzt nicht wahr sein Ach Du kleiner Drecksgnom wieder Ja Verdammten Drecksgnobir nervt noch mehrere von euch sind dann erst recht ich wollte mich jetzt nicht mit euch ganz darum prügeln und eigentlich macht also heute geht er mir echt auf klöten das spiel ganz ehrlich wird es gleich du bist du bitte danke ist ja noch darauf hat er lebt ja noch du lebst noch wow man kann jetzt nicht mit dir voll riesengroß einkaufen hab dich oh shit ich habe jetzt gar keinen Bock was zum warte zum teufel wow Wenn ich sagen will, ist das immer so Pisch. Niedergebrannt. Alles. Das Feuer ist außer Kontrolle geraten. Das Heunen war kaum auszuhalten. Oh oh. Das Heunen war kaum auszuhalten. Ich glaube, wir können uns denken, wer das da ist. Und ja, ist das wirklich. Deswegen gucke ich jetzt mal was aus, kurz. Weil so würde ich gegen ihn ja hier den Schirm von Suzuko noch empfehlen. Aber den habe ich jetzt halt nicht. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe jetzt auch keinen Bock, mich die ganze Zeit mit dem... Ich bin auch von der Schirm von der Schirmkart. es klappt wirklich ich wusste gar nicht, dass das doch funktioniert so richtig aber bin ich jetzt sehr verblüfft das war auch für mich so ouch das war so das nervt so jetzt irgendwie fährt jetzt der scheiß Schirm gegen den oh 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 meine Fresse okay jetzt bin ich sauer ja ja Gottseidig ich mach das jetzt ganz easy peasy platt ihr glaubt das bin ich? dann passt mal auf jetzt ganz einfach erstmal ich will nur gucken bevor ich den weg mache und kurz gucken ob ich ihn damit und damit richtigen Scharm verpasse ich will ihn ein bisschen dann Ah! Das ist okay. Das ist nicht okay. Du blöder Wichser! Oh, ich glaube, ich werde sterben. Ich hätte den Schirm mit haben sollen. Das war jetzt mal ein Fehler. Ich hätte jetzt noch nicht... Alter, du blöder... Meine Fresse, das geht jetzt gerade wirklich auf den Sack. So mal, geht's noch? Mein Gott, du kommst hier nicht weg hier. Das nervt. Das ist nervig. Jetzt regt die da gar nicht mehr drauf. Okay. Probieren wir mal was anderes jetzt. Boah, ich mach das jetzt mit Dabber, ich bin freiwillig, Absicht. Das sieht mich jetzt gerade so, was für ein Polybraus jetzt gerade. Boah. Machen wir dem jetzt ganz einfach. Ich hab die Schnauze voll, jetzt mich mit dem Sitz stundenlang rumzuprühlen. Komm mit, du Hässlichen. Warte, 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 warte. Wir holen jetzt mich jetzt so und sehen. Wir warten jetzt hier. Bla, 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 bla. Schön. Jetzt müssen wir den Sitz-Hier-Linken, da müsst ihr sich da festpacken. Genau. Jetzt gehen wir mich hier lang. Hier muss dieser Turm hier springen von der Ecke ab, um mich hier an diesen Turm packen kann. So, wie das nicht klappt, so, wie ich das haben will. Ah, jetzt sieht das schon wieder an, ja. So, jetzt geht's. So, jetzt mit der Sprungtaste nochmal nach oben befördern. So. Der klappt immer noch fest. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich hoffe, er klappt direkt. Jetzt müssen wir so mit perfekten Absprungen direkt... Nein, jetzt kann ich jetzt wieder ein bisschen um Stunden handeln, vielleicht. Mal, weiterfalt, da, 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 da. Oh, da, da, da. Ah, Mann, dieser Absprung ist manchmal so nervig. Mir ist das ja mal passiert, hat er mich zugestimmt, ist da auch abgestürzt. Das ist so wahr, das kann ich jetzt nicht erhoffen. Das hat nochmal passiert. Da muss ich jetzt erstmal wieder acht Jahre hier jetzt hier wiederum experimentieren, bis ich den richtigen Absprung gehe. Ja, genau so. Im letzten Moment. So, jetzt können wir hier schon bequem hier hochklaufen. Da, 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 da. So, dann wollen wir einfach hier oben stehen. Da kann ich mich nicht treffen. Und tschüss. So, auch geklärt. Schon mal. Was bist du da zu lieb? Na, 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 na. Ich muss klumpen. So. So. Wieso weiß der nicht? Der hat dich noch zugetextet, Sekiro. Hast du dir nicht zugehört? Ach ja, aber schon war ich jetzt hier mit dem Jump da. Hört ab, je länger das halb. Naja, mir auch Wurst. Heute habe ich jetzt schon mal aufgeklärt. Das war jetzt nicht, weil es nicht die Feinde hängstellt, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber da war mir jetzt Wurst, weil der Vieh hat mich jetzt so aufgeregt. Bevor ich mich jetzt hier wieder padd, weil sie mich hier wieder an den rumschlänge. Mache ich das auf die schnelle Art und Weise. Sparzeit. Für mich sowieso. Kann ich jetzt erstmal hier. So, Anglustkraft verbessern. So, dann warte ich das auch schon mal. Das Rezeptier muss auch 20 sein. Oder wie wäre das nochmal hier? Das ist eine gute Frage. Naja. Gut, wir reisen jetzt nochmal kurz. Treppe. Durchgang. Blablabla. Da werde ich mich jetzt hier den Schnitt machen. Dann würde ich sagen, im nächsten letzten Part, dann kommt der finale Kampf. Und dann werde ich halt noch die Zusammenschnitte der Endings machen. Ich fühle mich aber noch hier wie bei Dark Souls. Ja, ich werde das eh dann einfach wieder explain. Remaster it. Nächstes Mal ein bisschen besser als vorher. Gut, würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part von Sekiro, The Shadows Die Twice. Wir hören uns. Bis dann. Bye bye. Und tschüss.